Es gibt Menschen, deren politische Problemanalyse sieht ungefähr so aus. Die großen Probleme in Deutschland werden vor allem durch drei Gruppen von Menschen schuldhaft verursacht. Erstens, den Ausländern im Inland. Zweitens, den Ausländern im Ausland, vor allem in Brüssel, sitzt der EU-Kommission. Und drittens, deren Helfershelfer, AK Volksverrätern, im Inland. Und das sind primär die Systemparteien und deren Unterstützer, insbesondere in den Mainstream-Medien. Und dann kommen mit einigem Abstand fast alle westdeutschen sozialen Bewegungen der letzten 50 Jahre. Also die Frauenbewegung, die Umweltbewegung, die Dritte Weltbewegung, in letzter Zeit die LGBTQI-Plus-Aktivisten. Habe ich jemand vergessen?